Und damit auch herzlich willkommen zurück an die nächsten Folge im Minecraft SkyBlog. Ja, ich habe mich schon mal dreistet während des Interes hier hinter zu laufen. Und hier haben wir ja das letzte Mal unsere automatische, beziehungsweise eigentlich nur die Plattform gebaut, wo dann die automatische Ofenwarn mal hin soll. Heute geht es dann erstmal darum, das hier rüber zu ziehen. Von daher, ich hole mir jetzt erstmal meine komplette Ausrüstung wieder. Die dürfte ja jetzt nicht mehr sonderlich in Gefahr sein. Nicht in ein paar sortieren, in ein paar öffnen wäre eine Idee. Da ist meine Hose, da ist meine Hose. So, jetzt hier, eins, zwei, drei, vier. Das kommt hier hin, das kommt hier hin, das kommt hier hin, die Fackel kommt da hin, das kommt hier hoch und das kommt hier hin. Haben wir das. Ja, dann reißen wir als erstes hier mal. Da ist noch zu, ne? Die noch, die noch zu einen Übergang frei. Das lässt sich übrigens in Mannschaft auch mal relativ unterschätzen hier, wenn du in jeder, in jeder Richtung einen Block, sag mal die, sag mal das Werkzeug weg, dass wir haben. Wenn das hier so glitzert, dann war es nur eher doof bei. Wenn du hier in jeder Richtung einen Block verlierst, das ist relativ viel an, das denkt man so gar nicht. So, dann brauchen wir noch so ein paar Eisen, da haben wir da noch was. Ich gehe mal kurz gucken, ob wir da noch was haben. Ansonsten machen. Wir hatten doch hier, das letzte Mal, ja genau, nehmen wir doch gleich das, wie ging das? Ja. Vielleicht reicht das schon. Bin mal gespannt. Und auch hier mit den Eichenholzstufen bin ich jetzt mal nicht sonderlich so unruhig. Ich denke, das kriegen wir hin. Wir haben alles so viel. Wenn wir alles so viel hätten, die Eichenholz, dann wäre das Leben hier durchaus einfacher. Das geht hier jetzt zumindest auch in einer ordentlichen Geschwindigkeit. Ich kann nichts rüberlaufen, dann baue ich das von der Seite an, dann kann ich einfach die Taste festhalten. Und habe nicht die Gefahr, dass ich irgendwo runterfalle. Genau so. Na, machen wir hier genauso. Lauf ich darüber, fange von der Seite zum Bauen an. Da bin ich zumindest relativ safe. Genau, kann ich hier anklatschen. Und es passiert nichts. Okay, hier ist sogar noch relativ flott. So, fertig. Äh, vier Stück habe ich ja mit denen komme ich nicht weiter, aber ich kann ja schon mal einen Anfang bauen. So, jetzt, jetzt so hier. Eben Block hier müsste man auch mal austauschen. Das ist nicht Kies. Könnte man aber. Das wird auch so ein Projekt für die Ewigkeit. So, Teichenholz. So, Teichenholz. So viele Bretter haben wir nicht, doch hier sechs, die nehme ich mal mit. Und vom Rest haben wir keine. Absteps. Ich mache mir jetzt hier mal nur einen Block draus. Dann nur einen Stack draus. Und mache aus den Effektern so, das dürfte auch schon reichen. Und wir sind hier unnötig Holz verschwenden. So effizient ist unsere Baumfarbe ja auch nicht. Das hat mir auch vor einiger Zeit mal jemand was in den Kommentaren geschrieben, ich sollte die doch automatisieren. Äh, ja, wären sie eine gute Idee. Nur automatisierte Baumfarbe gibt es, soweit ich weiß, nur mit Mods. Und das Ganze hier ist ein Bandela-Projekt. Von daher, nein. Geht nicht. Also, ich würde es gar nicht machen. Geht allerdings nicht. Ich habe dann hier auch das, wo man die Lohren dann befüllt, oder wo die Lohren dann fahren. So ein bisschen das Technikraum bauen. Dass wir hier nicht einfach runterfallen können, weil das wird wahrscheinlich wesentlich höher werden hier als die, sagen wir mal, Barrieren hier. Von daher, das wird sich so sonst keinen geben. So, die Plattform, fertig. Das passt auch gerade zusammen, denn wir sind bei 5 Minuten. Von daher, machen wir Schluss für heute. Ich hole jetzt hier noch einen Platz für einen schönen Squeak dort. Gut. Gut. Dann war fertig für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Video. Bis dahin. Da ist das Auto. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. 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 Vielen Dank.